Boruto Prediction für das nächste Kapitel. Im letzten Kapitel wurden die Konoha Shinobi alarmiert, dass Jura und Hidari in das Dorf eingedrungen sind. Auch Sarada muss sich nun Hidari stellen, der das Chakra ihres Vaters Sasuke nutzt. Wie wird das Treffen der beiden ausgehen und bekommen wir möglicherweise wieder Saradas Mangekyou Sharingan zu sehen? Möglicherweise sehen wir jetzt auch die Fähigkeit des Mangekyou Sharingans.